meine freunde schalker freundlich ist der schalker ja direkt nach dem spiel die kurze analyse danke herr schiedsrichter danke dass du für die niederlage gesorgt hast bin ich ehrlich dankeschön super bei uns gehst du gucken und gestern wo ich die zecken gesehen habe da geht der schiedsrichter aber bei uns gehen die immer gut ist immer so gehen die immer so spiel unsere mannschaft klasse super einsatz gezeigt kampf leidenschaft sogar nach vorne hat hat spaß gemacht zuzückung werden 300 prozentige einer von denen muss man machen muss man machen ich habe mich so aufgeregt aber das spiel ist 1 0 für die wolfsburg die glückliche manche für mich die glückliche mannschaft hat gewonnen ist so aber jetzt was können wir dazu sagen ich bin stolz auch bei jungs diesmal war ich stolz wir haben wirklich gut gespielt gut gekämpft ja und was ich aber traurig finde und dann sage ich auch dass wir auf der ersatzbank keine offensiv hatte keine stürmer als bundesligist schäme ich mich ehrlich dass wir vorne dass wir auf der bank keine stürmer hatten für was haben wir die amateure für was haben wir die aju da trägt mich am meisten auf aber die jungs die auf dem platz gespielt haben applaus finde ich wirklich klasse das ist mein meine analyse hoffen wir samstag knüpfen die daran wie die heute gespielt habe die 19 kampf leidenschaft und auch das spielerisch fand ich wirklich wirklich klasse und wir können nur sagen glück auf wir müssen weitermachen und kämpfen bis wir nicht mehr können das heißt um jeden zentimeter auf dem platz so das war es schreibt ihr in den kommentaren wie ihr das spiel gesehen haben was sagt ihr zu der schiedsrichter klasse leistung schreibt meine kommentare was ihr das schreibt und noch mal ein dankeschön an meine familie die das zimmer klasse weltklasse ich schwöre mein herz geht auf wenn ich das sehe wie die mich heute überrascht haben nach der arbeit wirklich klasse klasse das beruhigt mich heute doch so das war es meine freunde wir sehen uns beim nächsten video euer schalke